Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und zwar, es gibt gerade so ein kleines Battle für den ersten Spieler, der mit Berserker Level 600 erreicht. Da battlen sich gerade zwei Spieler, den Rekord sag ich mal. Erinnert mich ein bisschen an Dr. Darm und Atze, die sich ja um den Level 700er Rekord gebettelt haben. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, aber zuerst einen Pet-Kampf, das ist ganz wichtig. Genau, da haben wir erstmal den guten Mascher auf dem ersten tschechischen Server. Genau, ihr seht schon 599, relativ am Anfang vom Level. Ja, da ist da ein anderer Spieler, der nächste schon ein bisschen voraus. Ist hier in der Ehrenhalle ziemlich weit unten, aber liegt wahrscheinlich daran, dass er auf dem ersten tschechischen Server spielt. Der ist natürlich schon eine Weile draußen, ich glaube schon seit 2010 oder so. Weil ich habe mir vorhin die Serverlisten mal angesehen, wann die alle rauskamen, den ganzen Server. Genau, der ist 599 und jetzt der zweite Spieler ist der Boris auf W32. Der ist hier schon weiter, über die Hälfte, auch 599 natürlich. Also es wird knapp, es wird ein knappes Rennen. Bin echt gespannt, wer das Rennen macht. Kommt natürlich jetzt drauf an. Hat jemand noch von denen jetzt Dungeons übrig? Hat und natürlich wann bekommt der erste von denen das Kalender-Level-Up. Wäre natürlich nicht so cool, wenn man hier bis 600 erreicht durchs Level-Up vom Kalender. Aber naja, das mit dem Kalender ist sowieso so ein Ding. Ich finde, man bekommt eh viel zu viele Level dadurch, aber naja, das ist ein anderes Thema. Aber genau, der scheint hier ziemlich seinen Server zu dominieren. 849.000 Erwe. Genau, 599, wie gesagt. Auch ganz interessant hier die Stats. Der hat hier jetzt 80.000 und 65.000 und der Masche hat 77.000 und 40.000. Das hat auch einen Grund, warum Masche da ein bisschen zurückliegt. Und zwar, der hat wahrscheinlich, so wie es in, habe ich vorbereitet, SF-Tools aussieht, eine Dungeon-Pause hinter sich. Denn, also erstmal, ich kann erstmal hier meine Cam ausmachen, damit ihr das besser seht. Ich habe hier alle Spieler sortiert nach Level. Da seht ihr schon, Boris ist gut dabei am Anfang des Jahres gewesen. 585 war er, 5 Level über den zweiten Spieler, den es übrigens, wie es aussieht, nicht mehr gibt. Den habe ich irgendwie bei meiner Vergleichsdatei gar nicht mehr gefunden. Scheint sein Char gelöscht zu haben. Wenn nicht, könnt ihr mich gerne berichtigen. Aber ich habe eigentlich alle relevanten Spieler auf S39.de gescannt, wo er auch drauf spielt. Naja, ziemlich mysteriös. Weil, ich meine, der war Platz 2 und warum sollte er eigentlich seinen Account löschen? Aber naja. Ich würde sagen, wir gehen mal rein in die Vergleichsdatei. Ah ja, genau. Und hier, hier Mascher. Merkt euch, Mascher ist hier Platz 4. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie viel die Spieler aufgeholt haben. Übrigens auch ziemlich interessant, dass man das auch so zeigen kann. Genau dafür habe ich ja die Liste erstellt. Am Anfang des Jahres mit den 70.000 Spielern. Ähm, ist jetzt hier auch, also ich habe halt hier alle Spieler aussortiert, die halt nicht Berserker spielen. Ähm, ja. Ich habe halt die Liste genau für solche Zwecke erstellt, damit man halt dann solche Sachen zeigen kann. Ziemlich, ziemlich cool das Ganze. Ähm, genau. Aber wir sehen es hier schon. Boris hat jetzt in ein bisschen über einem halben Jahr 14 Level gemacht. Und der Mascher, der Gute, hat hier 22 Level dazu bekommen. Das heißt, 8 Level mehr als Boris. Ja, und ich gehe einfach davon aus, das liegt einfach daran, dass er eine Dungeon Pause hätte, die ich hatte. Ähm, deshalb auch weniger Gold bekommen hat. Deswegen auch weniger Stats-Punkte wahrscheinlich. Aber naja. Jetzt ist er, ähm, hier und macht Boris ganz gut Konkurrenz. Ihr seht jetzt hier der S1-Typ hier. Ähm, da habe ich keine Vergleichsdatei. Ja, ziemlich schade. Auch schade, dass hier der gute Paul aufgehört hat, weil der war auch ziemlich hoch im Level. Ja, hat jetzt in einem halben Jahr nur ein Level bekommen. Also ihr seht's, der ist schon ziemlich lange inaktiv. Hier hat noch einen Typ aufgehört anscheinend. Ja. Andere haben aber auch, ähm, eine Dungeon Pause gemacht. Hier der Selina. 25 Level gemacht. Mario hat hier 26 Level gemacht. Ähm, Gebi 22 Level. Also, Masha war nicht der Einzige, der den Plan hatte, eine Dungeon Pause zu machen. Aber trotzdem, natürlich, ähm, ich frage mich ja, was Boris für eine Strategie, ähm, hatte, weil der höchste im Level ist er ja und er ist auch, Moment, ist er das? Kann ich mal nachschauen. Ist er der höchste in Stats? Ne, der höchste in Stats ist er nicht. In Basis-Stats. Ähm, Stats, nicht Stats. Ähm, ja, aber knapp. Also 4000 fehlnehmen. Ja, aber ich finde es ein bisschen, ja, krass, wie viel Level man mittlerweile bekommt. Mach mal die Cam wieder an. Ähm, so, ah ne, da schaue ich gleich zu. Ähm, weil, ich meine, ich spiele locker schon doppelt so lange wie die Spieler. Äh, ich kann, ich war da gerade, dann kann ich es auch gleich zeigen. Ähm, die Server, wo die, äh, wo Berserke rauskam. Ähm, das war hier einmal S39, genau, erst am März 2019 und da war, glaube ich, auch der Release von, ähm, von Berserker, wenn mich nicht alles täuscht und der zweite Server war hier S32, genau, äh, nicht S32, sondern W32, aber ich glaube, die meisten, so, der eigentliche Berserker-Server ist S39 Deutschland, weil ich glaube, das ist auch auf jeden Fall der Release-Server gewesen. Ähm, aber ich finde es halt echt krass, wie viele Level man mittlerweile bekommt, in, was für einen Zeitraum, weil, ich meine, ich spiele halt schon jetzt neun Jahre dürften es sein. Ähm, ich bin erst 624. Also 25 Level über den beiden hier. Ähm, klar, ich habe einen Großteil meiner Zeit, äh, 120 Alu gezockt, aber trotzdem, ähm, also in vier Jahren, bisschen über vier Jahre jetzt, äh, schon Level 600 zu erreichen in Jackson Fidget. Das ist echt eine Hausnummer, also, ja, das liegt halt, ähm, zum Großteil einfach daran jetzt, dass man mit, ähm, mit dem Kalender 18, beziehungsweise 19, irgendwas Level bekommt, wenn man die Kalender-Taktik benutzt, ähm, und natürlich auch, ähm, ähm, wegen der Hydra. Die scheppert auch nochmal ordentlich rein. Das Ganze gab's halt früher nicht. Ja. Also, wenn's nach mir gehen würde, ich würde ja, ähm, durch den Kalender gar keine Level wollen. Also die Erfahrung können sie drin lassen, die man bekommt. Das ist okay, aber ich finde alle 20 Tage, ähm, alle 20 Tage Level-Up, finde ich einfach, ist einfach zu krass. Ähm, genau, hier nochmal der Boris. Ja, auf jeden Fall, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, ähm, auf wen ihr tippt, wer das Rennen macht. Ich, ich tipp hier auf den Boris, aber, man kann's nie wissen. Vielleicht hat er noch ein paar Dungeons übrig. Ich glaub eher nicht. Ich glaub, der Masha hat auch keine mehr. Ähm, eben wegen seiner Dungeon-Pause. Aber, naja, das Kalender-Level-Up kann natürlich jetzt, ähm, einiges rausholen. Ist natürlich ein bisschen doof auch, wenn man durch den Kalender jetzt, ähm, der erste 600er BRC wird, aber so ist es halt. Ähm, naja, auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, schreibt's mir in die Kommentare. Ich bin gespannt. So viel dazu und, ähm, bis zum nächsten Video. Bis dann.